Es ist so weit. Das Spiel beginnt. Und ich kann dich holen und lassen, was immer ich will. Wir haben eine Chance verdient. Ihr seid frei. Uns zu verteidigen. Wir sind frei? Quillard, Farkaston, ich habe uns befreit. Vielleicht bin ich, dass dort Shatterhand genannt wird, hat Winnetou aus den Fängen Tanguas befreit und damit die Freiheit seiner Freunde erwirkt. Anfängerglück. Aufheben, wenn ich nicht irre habe. Uns das Herz meiner Schwester erobern. Es war die Sehnlicht der Wunsch, dass Oshatterhand ein Krieger meines Volkes wird, so wie sie zur Welt der Blaschgesichter gehören wollte. Wir werden ihr andenken, indem wir ihren letzten Wunsch erfüllen. Oshatterhand soll von nun an dem Volk der Apatschen angehören. Sein Wort wird am Ratsfeuer gehört werden. Uns die Kriege werden ihm wie einem Volk ihm folgen. Was Oshatterhand denkt, sei fort an der Gedanke Wille tust. Was Wille tu will, sei fort an der Wille Oshatterhands. Was Wille ist das? Was Wille ist das? Vielen Dank.